Musik Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Keiner weiß es war Bei der 23. Folge von Plans vs Zombies Wir gehen direkt zum nächsten Level Regen Warum ist es auf einmal so dunkel Weiter mit Klick Das verheißt nichts Gutes Naja hoffentlich überlebst du die Nacht Auf die Plätze fertig los Oh nein Nicht dieses Sternding Das ist das letzte Level Leute Und als Info Wenn es donnert kann man ein bisschen was sehen Sonst aber nicht Ich weiß ja ungefähr was das ist Der Sternding war ja scheiße Das habe ich nicht vergessen Leute Lol Alter das ist ja geil Dieses Level finde ich richtig geil Hoffentlich habe ich das jetzt nicht Okay W-Blatt Oh da kommt bestimmt auch Nebel irgendwann Ja ich habe es auf dem Seeding da Auf dem Sterneding da raufgepackt Da 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 und es sind auch noch zwei Alter Und das weil ich gleich zu einem anderen Level komme Alter Ich komme gleich nämlich zu fünf Aber ich glaube das wird jetzt eine Folge Einfach mal Ich glaube bei den Dingens da kommen dann Wehblätter hin Was ist das denn alter für ein Level Der Regen der nervt dann auch noch voll Das ist brutal Gleich kommt die erste Welle Das ist die perfekte Welle Das läuft hier Gar nicht Was ist denn hier falsch Alter Was ist bei denen falsch gewesen Was haben die alles gegessen Nach dem Tag Das wird das programmiert haben Das ist schon fast unschaffbar Okay unschaffbar nicht Aber das nervt schon Also wenn er Epilepsie Oh keine Ahnung was hat Guckt euch die Folge nicht an Wird der Titel sein Epilepsie warning Alter und dieser Sound Ich denke immer dass da links irgendwas ist Das ist ja geil Gewitter Fragezeichen Also ich bin jetzt gerade am überlegen Was Wie wird das Heißen alter Diese Folge ist ja brutal Wir kommen nicht mal ins Wasser rein Oder Ja Okay die Sterndinger Wenn die in Massen sind Bringen die schon was Ich sehe gerade nicht was ich mache Aber egal Ja Die letzte Welle Oh Das ist bestimmt gar nicht übel Da hab ich doch irgendwas abgebaut Oh Mit dem Kürbis Ah ok Oh was ist das denn Nein Sag mir nicht Wir gehen jetzt zu den neuesten Leveln Dann Sag mir nicht Schleudert Kohlköpfe auf den Feind Kohlkaltapult Kohlapult Ähm Ja Leute Das war es dann aber auch schon wieder mit dieser Folge Ich hoffe euch hat das gefallen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Also dann Ciao Ok es war es doch nicht mit der Folge Leute Ich nehme dann nochmal ein Level auf Denn es waren nur sieben Minuten Hab ich gerade gesehen Das wird dann ausgeschnitten Äh Alles schätze ich mal Also wir gehen dann mal direkt zum nächsten Level Wir sind jetzt auf dem Dach alter Ui Jetzt haben sie es sogar bis aufs Dach geschafft Da sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies man Du brauchst hier jetzt die Cola Pulte Weil das Dach so schräg ist Vergiss das nicht Dann läuft alles wie geschmiert Oh Bungee Zombie Wir können fast alles setzen Aber wir brauchen Cola Pulte 100%ig Es ist wieder Tag Also können wir Sonnenblumen benutzen Dann Cola Pulte Dann das da Dann das da Ne Brauchen wir Knall-Erbsen Glokinator Kürbis Kann was euch denn sonst noch holen Das da Das da So Das ist jetzt mit Töpfen Das ist eigentlich richtig geil Und wir haben jetzt wieder Sonnenblumen Hm Komm Da ist es da unten Das ist ja geil Das ist geil Aber das ist glaube ich auch schwer dann mit diesen Dingern hier Man hat hier erstmal 5 Und dann muss man die auch so selber setzen Alter Das ist dann das Schwere So eine Reihe Sonnenblumen reicht schon mal Die können wir dann updaten Wenn wir sehen dass es nicht mehr gut läuft Und dann wird es wieder aufgegessen schätze ich mal Hm Wir fressen aber fast alles auf War ja klar Alter Das wird auch nicht leicht Oder Die haben unser Ding da geklaut Scheiße Und wieso habe ich das da gesetzt Bin ich dumm Ja bin ich aber War jetzt nicht das Problem eigentlich War nicht der Grund Hm Wieso habe ich so viele Sachen genommen Würde ich eh keine benutzen Da oben kann man die dann benutzen Die Normalen Dinge Mache ich jetzt auch erstmal wieder Und gleich kommt die letzte Valley Packt er den alter Oder wird es noch ein Jahr dauern Das wird noch ein Jahr dauern Okay Die sind scheiße Alter Diese bungee zombies also Erst recht Die nerven Gar nicht Haben wir geschafft Aber War trotzdem Ist was neues Das ist schon cool Aber Hier bin ich noch nie angekommen Alter Habe ich bei vielen Videos gesehen Und Ich habe schon Angst Vom letzten Kampf Weiß auch nicht Ob ich das selber dann mache Aber damit wir bis hierhin gekommen sind Passt du ohne Probleme Sind wir gut Schätze ich mal So Dann Blumentopf Damit kannst du das Dach bepflanzen So Hauptmenü Okay Das haben wir dann doch nicht bekommen Bis jetzt aber Wir gehen mal zum Laden 910 Diese Dachreiniger sind In schwierigen Dachlevels Eine zusätzliche Verteidigungslinie Ne brauchen wir nicht Das hole ich mir aber Für drei Level Okay Dann War es das Leute Mit dieser Folge Wir sind fast schon fertig Mit dem Spiel Äh Ja Also Ciao Bis dann Summer